So Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und dem zweiten Part. Wir sind im letzten Part nur ein bisschen mit Pagan Min abgehangen und wurden dann befreit vom goldenen Pfad, so nennt sich die Truppe, sind dann entkommen, mehr oder weniger, haben dann einen Unfall gebaut, sind bewusstlos gewesen, haben uns aufgerabbelt und jetzt stehen vor uns drei Mann, drei Mann waren es glaube ich, und jetzt schauen wir mal was passieren wird. Wir wollen nur mit dir reden, da kommen es ja schon die netten Menschen. Der ist jetzt ziemlich nah bei uns. So, jetzt haben wir immerhin schon mal ne Waffe. Da oben ist der eine. Aber wo ist der nächste? Boah. Oh du, da war ich doch. Da ist einer. Okay, okay, okay. Weg von mir. Den holen wir uns. Wir können die wieder durchsuchen und lindern. kleine Schnapsflasche und Granaten und 700 Kohle. Ey, warte mal. Boah, Alter, du kannst ganz schön schnell rennen. Das ist echt heftig. Okay, rechts unten zeigt's auch an, ob wir geduckt sind oder ob wir laufen. Shit. Komm her, Mann. Trau dich. Ja. Take down. Und plünderung. Opium. Was ist das bitte für ein übler Mensch? Was ist das bitte für ein übler Mensch? Ich kann mich hören. Mal auf F. Ne, auf T. Sehr gut Der checkt nicht, dass wir da sind Oh, Glück gehabt, Alter Also, wie viele sind denn da noch? Warte mal, ich glaube, ich kann doch auch hier hoch, oder? Nix, ich muss hier entlang Entweder wir machen es leise oder wir bolzen uns den Weg frei Kann man tauchen? Ja, okay, man kann unter Wasser Jetzt kann man tauchen Man kann unter Wasser schwimmeln Die Frage ist halt, wie lang kannst du das machen? Das Wasser sieht auch richtig noble aus Mal die markieren Sieht auch verdammt schön aus, oder? Das ist so euer allererster Eindruck von dem Spiel Also, ich finde es bis jetzt wirklich richtig, richtig schön Für die FPS, das klappt auch Das hat noch geklappt, Gott sei Dank Warte Kollege Danke Okay Schrauband Und 500 Schau das doch mal an, wie geil das ausschaut Kuh Da werden wir noch ordentlich unseren Spaß haben Erreicher den Glöckchen Warum blinkst du? Tier häuten Entschuldigung Köder Ich werfe das jetzt einfach mal noch nicht, sondern wir warten jetzt erst mal ein wenig ab Meck, ich muss das häufen Wer redet hier? Oha Mist Warte mal, kann ich jetzt mal nur nachlesen? Wo versteckst du dich? Heidlich! Er ist ganz nah, weiter suchen! Warum kommst du nicht raus, Gail? Dieses mal habe ich was gehört Und? Aber es war ja noch einer hier Es war ja nicht nur der hier oben, sondern es war ja noch da unten irgendwo einer Warte, warte Warte, warte Fuck Warte So Der ist auch Geschichte Wo ist er? Hier Einfach drauf losrennen, das klappt auch Das macht total Laune Latexhandschuhe, what the fuck, was hat er vor? Da oben ist noch irgendwas, oder? Ist das oben? Er ist oben Oh Diesmal X wird köhdom Achso Ja, hab ich schon gecheckt, was ein Köder bringt aber Ich glaube ich kann ja nicht runter springen, wir probieren es erstmal lieber gar nicht aus. Ich habe ihn für voll viele Gegner getötet, noch keinen einzigen Schuss. Und verbraucht. Medipack, oder? Reissack, Munition und 3700 Geld. Ich will aber nicht unbedingt die Waffe. Ich glaube ich kann mir das für eine Pistole tauschen, das wäre irgendwie suboptimal, denke ich. Wir stehen jetzt einfach mal hier am See, äh am Bach entlang am Fluss. Strom checkt heulen. Da oben ist wieder so ein Knast-Dingens. Was bedeutet, da gibt es Schätze? Ach nein, nicht ernsthaft. Hm. Zwar von der falschen Seite, aber... Egal. Was war das? Ein Wurfmesser. Das Schweine kann ich nicht zerlegen. Warte mal, ich gebe mir die Munition. Warte mal, tue ich das vielleicht einfach mit D werfen? Nö. Ah, okay. Mit mittlerer Maustaste werfe ich. Da kommt wer! Da kommt wer! Was ist das? Was ist denn los mit euch? Das, der mich jetzt gesehen hat, wundert mich. Wird schon so sein. Muss aufpassen, dass mich der Bär nicht angreift. Ich will es ja schocken. Was mixt der? Scheiß Schatten, ey. Klettert? Warum klettert? WTF, hier ist doch irgendwo... Komm hoch mit dir. Seht ihr den Bären? Ich sehe ihn nämlich nicht. Da ist er. Ein Bär holt ihn. Ach, das kann auch so eine ganz kleine Brue sein. Wir schauen jetzt sicher noch mal nochmal hoch. Dann ist das wahrscheinlich hier irgendwo. Nein, lass dich fallen, lass dich fallen. Da hin. Die Brieftasche ist voll. Komische Zahl, 81.000. 61.000. Zur Erinnerung, Lichtzeug durch. Komisch, da ist im Lager weniger los als... Abseits vom Lager. Ui. Alter. Richtig, richtig nobel. Einfach nur mit dem... Ey, für... Alter, geil. Voll ich so unterfrage. Das ist ein Münchfisch. Das ist ein... Ich... Du wirst... Du wirst... ...wenn ich dich anrufe. Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es wird dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder war es seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen Scheiß-Fernsehkoch entführen. Jetzt bitte aufhören und aufpassen, wo der Himmel ist. Wo habe ich eigentlich eine Karte? Ah... Okay. Ich habe eine Karte. Fähigkeiten... Das kann man so kurz vor herstellen. Ist hier egal. Cool. Fortschritt... Sammlung, Beutetasche... Das ist ok, dann können wir dann entscheiden was man mitnimmt. Ah ok, dann so Zettel, Taktik, 10 Millionen zusammen, wir müssen immer noch hier hoch. Genau halte ich lieber mal fest. Die Dinger gab es ja im 3er auch schon, so diese, wie nennt man sie, Seile an Wand, Seile an der Wand. Ich komme, wo the fuck you are. Hallo. Zettel. Steigen. Ah cool. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Alter ist das geil. Boah Leute, was ein Traum ey. Wahnsinn, wie schön das ausschaut. Dann ist ja dort unbedingt da die Tuss hier im, neben Bildwe, im Bildwe. das gefällt mir wirklich gut. Das gefällt mir wirklich gut. Halt, nice. Tschüss. Verdammt schön. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht es gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.